Yo, wat geht ab und herzlich willkommen hier zur wahrscheinlich coolsten, besten, Hashtag witzigsten Teamwilder-Folge seit your group has been despondent. Es ist im Prinzip ein 2.0 davon und ich kann schon mal versichern, es wird todkomisch, hoffe ich, was heißt ich hoffe es, ich müsste jetzt einmal ganz kurz nachgucken, 3. Oktober, alles klar, also vor 13 Tagen, diese Episode ist vor ungefähr nicht 2 Wochen entstanden, aber vor ungefähr 2 Wochen und ja, mega lustig, your group has been despondent 2.0 und ehrlich ehrlich gesagt. Viel Spaß beim Gucken, bei dieser über 1-stündigen Vorstellung. Yo, viel Spaß und haut rein. Du hast doch recht nichts anderes zu tun, als diesen Text zu schreiben, den du gerade geschrieben hast. Das wollte ich nicht. Du solltest vielleicht annehmen. Was willst du von mir? Wieso öffnet sich's, wieso beendet Skype eigentlich nicht, wenn ich es beende? Task! Also wo hast du den Text nochmal hingeschrieben? Äh, Black Ops 2 Nuklear, Fragen, 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 so heißt das Video. Gibt ihr das nicht? Guckt da hin, da ist der Text. Nee, ich guck da nicht hin. Tja, mir egal. Ich bin doch nicht behindert. Ja, mir egal. Aber eine Frage möchte ich wissen. Ja. Das war, wie lange hat dieser Text gedauert zu schreiben? Für alle, die gerade übrigens nicht wissen, welchen Text Moritz da gemeint hat, und zwar ist es der hier. Vor drei Monaten hat Mike nämlich sein Fragen-Video für das erste FAQ rausgehauen, und da hat er natürlich für Fragen gesucht. Für Fra- Für Fragen! Ich schon für Fragen gesucht! Hat er natürlich um Fragen gebeten, und da dachte ich mir natürlich erstmal, diesen fetten Text hier zu schreiben. Ja, mit 51 Fragen. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 94 Zeilen lang, äh, 95 Zeilen lang, oder 94? 94. So, 94 Zeilen lang. Auf jeden Fall ist das der Text, den Moritz da gemeint hat, und jo. Das war's. Viel Spaß! Mmmmm. Zehn? Sieben bis zehn Minuten? Oder noch kürzer? Ja, dann Wurfwirt. Das war auf jeden Fall das längste Kommentar, was ich in meinem gesamten Leben geschrieben hab. Hashtag Wurf. Hashtag, halt die Schnauze. Hashtag, wo ist Lucien? Bei L. Da! So, ich brauch nur ein bisschen Hoffnung. CGNIFs haben Sie gebeten, um ein Spiel zu spielen? Nein! Weißt du, was du mal versuchen solltest? Was denn? Wo soll ich mit Heel oder mit Ignite spielen? Ich würde mit Heel spielen. Ignite. Und erst mal AP-Sachen daraus machen. Äh, was ich dir sagen wollte. Was, äh, Dingszie... Ne, warte, was war das jetzt? Äh, genau. Ne, warte. Amalario. Gedächtnis wie ein Sieb, sagst du? Was? Was für ein Sieb? Ne, ne, ist okay. Äh, du kannst Cutter-Adi spielen. Will ich nicht. Die Ulti stackt vierfach. Ist mir egal. Ich will trotzdem nicht AP-Cutter spielen. Und das war unser Lee Sin. Ganz ehrlich. Was, ein Wichser. Ach komm, wir sind doch erst drei Minuten hingegen. Da ist der Weg. Gehoben. Da ist der Weg. Wir sind nicht hingegen. Ich würde vielleicht den Ton ein bisschen anmachen. Somebody 22, somebody fick dich. Und kommt der nächste Champ raus? Gestern. Kotze! Boah, chill doch mal. Bomb to kill AD carry. Ne, weich. Jbron, 77. Weißt du, was ich gerade gegessen habe? Ein Eis. Und jetzt haben wir einen Supporter. Wir wären voll gewesen. Ja, was hast du gegessen? Ein Eis. Oh! Oh! Weißt du, wie vielte Eis das war? Das dritte oder vierte? Das fünfte. Ach, heilige Scheiße. Ich habe heute schon fünf Eis gegessen. Was für Eis isst du eigentlich immer? Nuki. Was? Nuss ist Eis. Von Magnum? Ja. Ah, die sind voll geil. Nann das immer Nuki. Weil das so knackt. Nuki! Nuki! Was ist denn jetzt so lustig, du Huren? Wie vieler hast du von denen noch? Keine Ahnung, noch ein Gefrierfachfall. Alter! WGL! Ich finde es lustig. Ein Moritz. Weißt? Weißt du, was ich gelernt habe? Was denn? Dass man mit Fizz den E durchskillt. You don't say. Gegen wen hast du das jetzt gemacht? Gegen Z? Ja, gegen Z. Was ich auch sagen... Ah. Ohne Exhaust... ...hätte ich den Level 1... ...äh, den Level... ...3 Fight... ...oder 4 Fight verloren. WRF. Ja, ich hab den E durchgeskillt. Danach den Q... ...W braucht man nicht. Fiste. Sagt der und hat in 100 Games Fizz... ...W durchgeskillt. WRF. Ich skille schon seit 2 Jahren den Weg bei Fisto. WernerGars. Er sieht Lucian Toplane. Er sieht Lucian Toplane. Er ist aber WernerGars und nicht WernerGars. Ja, toll. Er sieht Lucian Toplane, denkt drüber noch, ob er lieben soll. Sieht, dass er keinen Supporter hat und liebt! Sieht Cutter Mitte und liebt! Guckt nochmal zu Cutter Mitte und denkt sich... Er liebt! Und ich denk mir... ...leck mich am Arsch. Ich bleib trotzdem drin. Oho. Scythios. Fichser. Er hat den Ramos gesehen. Nein, er hat nochmal zu Cutter geguckt. Naja, er hat den Ramos gesehen. Das kann wieder lange dauern. Erstmal hinlegen. Ah! Ich glaube, ich hab mir ein Kissen. Ich hab auch keine Lust aufzustehen. Renga! Der heißt irgendwas mit N. Brudial... 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 Fick dich. Aber das ist nur wegen Cutter Mitte. Das kann echt nicht mal sein. Ich glaube, Cutter Mitte ist nicht so gut. Back to the illusion of setup lane. Das ist viable, also komm. Oh dir! Strawhead Kittler. Also, der Fresh erinnert mich an irgendjemanden. Ich seh's auch gerade. Hast du den jetzt nicht angenommen? Nein. Okay. Warum? Weil ich's kann. Aber ich spiel doch auch Fresh Art of Candy. Ja, und? Warum darf der das dann nicht? Weil der scheiß ist. Ach so, das weißt du. Ja. Ruffel streamt. Erstmal auf den Twitch-Kanal gehen. Ich hab mir vorhin so gedacht, wer es könnte gerade streamen, wer cool ist. Lava. Lava! Hashtag. 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 Hashtag einer würde lieben. Guten Appetit. Will Appetit nicht mit Doppel-T geschehen? Wenn du jetzt auch liebst, war. Du kleiner, mieser Scheißhase. Äh, Kanalratte. Alter, mir wird schwindelig. Ich hab zu schnell ein- und... Ach, du Scheiße, das hätt ich nicht tun sollen. Ich hab jetzt zu schnell ein- und ausgaben. Du kleiner Wichser! Du kleiner Kanalratte. Das mach ich nie wieder. Äh, 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 ich bin... Mir ist schlecht. Gertrud! Ach, du heilige Kacke. Ich kann meinen Kopf nicht mehr auf meiner Schuld. Ich atme nie wieder so. Nie wieder in meinem Leben. Ich bringe jetzt erst mal mein Glas weg. Und mein... Und mein Eisbehälter. Alter, ich kann nicht gerade laufen. Okay, so ist's gut. Wir haben den Blitzfick... Blitzkrank? Ja, weißt du, was ich mich früher gefragt habe? Ja. Nee. Pass auf. Pass auf. Als ich das Spiel noch auf Deutsch hatte. Du kennst doch die Geschichte mit dem Berserkern, ne? Ja. Jetzt kommt was ähnlich Dummes. Ich hatte das Spiel damals noch auf Deutsch. Ja. Und ich habe... Blitzkrank gespielt. So, da hast du mir so... Okay, der heißt Blitzkrank. Hm? Hm. Wenn ich das Spiel dann das erste Mal auf Englisch umgestellt habe, habe ich mir gedacht, warum heißt der denn im Englischen auch Blitzkrank? Blitz ist doch ein deutsches Wort. Und wie können die Engländer ein deutsches Wort benutzen? GG. Was meinst du, der heißt im Englischen Flashkrank oder was? Nee, Thunderkrank. Ja. Ich meine, ich wollte auch ein Berserker sein. Ah, wir haben wieder eine Ratte. Ach du heilige Scheiße, Bumuni. Und du Scheiße, jetzt nimm an, du Wichser. Du liebst jetzt nicht, sonst steche ich da in den Kanalra... Ich hoffe, seine Mutter stirbt am Trepper. Gansry». Truedooring. Okay. Oh, you understand? Oh, come here. love to you. ich glaube ich reise ein eine seite auf dem bio buch aus dem bio buch das ist älter als ich es ist älter als ich muss du wissen das ist mal 1900 irgendwas wirklich wogadudu ist von 1900 oder der der älteste ist von 2000 2000 einseitige scheiße mein kollegen steht 1900 irgendwas um die laba wir haben maximen die maximen nimm den maximen an die maximen die maximen lieben immer am meisten alter dumm wird labascheiße das ist doch einfach dass ich einfach dass ich einfach oder schach kam schakumi ok das ist zu hart jetzt vibriert meine hand joshi sie macht sich 14 minuten wenn du schon ein game sein können nee wie kommst du drauf wieso liefen immer die ad-carrys nur weil ein ad-car einfach top-lane ist oder was ach alles nils ohne spaß alles nils also weißt du was ich mich frage warum es wirklich so bindete menschen auf der welt gibt weißt du guck mal der blitzkrieg der ist artig und bleibt drin und keiner macht was der joshi bleibt auch drin soviel zum blitzkrieg danke das kann nicht wahr sein und jetzt kommt bestimmten maximen pass auf irgend irgendwas alter ich dachte schon das ist doch ein scherz das war unsere wei unser supporter und wir stehen wieder nur zu zweit hier 3 alles auch das ist unglaublich 15 minuten also wirklich unglaublich hallo trash mustachow mustachow 95 fick dich mustachow 95 wo ich habe ne idee ich spiele wieder adi fresh over top den später mustach das heißt aber mustachow nicht mustachow mustachow ok geld adi carry ob wir haben den jungen da bitte adi carry lief einfach nicht ja ja er ist das weg ich könnte so auf meinen tisch kotzen und es nicht sauber machen bis nächste bis nächste woche einfach drin bleiben ich hab gerade auf mein bildschirm auf meine tastatur gespuckt ist sie noch rot nein komm schon komm schon komm schon ja nein das ist doch ein scherz das ist doch kotze die jahre am arsch die jahre die jahre das spiel macht nervlich kaputt dieser wirst du bei deinem anderen ja und was hat sie gesagt geht sie schlafen ja und du sollst leise sein die hat nur gesagt sie geht schlafen und dann nichts mehr als sie rausgegangen also war schon echt ein deja vu ich muss schon sagen nein ich wirklich also schon aber zum glück ist es nicht nach 40 minuten dass der 45 minuten passiert ja das passiert ist passiert oder nicht was ist das also sehr nicht angenommen wird sonst keine andere angenommen hätte okay und ihr wichser ich wünsche jedem jeder einzelne den wir schon entweder rausgeschmissen haben weil er irgendetwas gespielt hat oder der einfach rausgegangen ist ich wünsche ich könnte jedem finden und jeden mit siluiten anstecken ich wünsche ein ganz herzlich schamhaar überwuchs du kleine wiese schlampfe das kann ich nicht mal sein njarko fick dich njarko gleich bleibt er drin wir müssen lieben weil wir die einzigen sind naja bleibt drin finde ich gut da ist geil oder was sagst du ich genauso das wird es nur noch eine kompetente bot lane die nicht raus geht bei der kater mitte ich könnte mir eigentlich zwei komplette runen seiten kaufen volle runen seiten gut das war's damit das war's damit wir brauchen nur die Unterstützung wir brauchen nur die Unterstützung wir brauchen auch markisman 2 alles juden seiten fick dich wir werden niemals voll das alle annehmen wir waren schon voll und dass die gruppe nicht desbandet wird wenn wir auch mal ein bisschen nehmen hin die wir in die jemand hat die 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 wix und jetzt kommt private rednecks wichser wichser spiel mal was vernünftiges ja ja ok ja was sagte lucia top lane ja lucia top ist normal auf jeden lucia ist doch manchmal auf der top lane nein doch nicht als standard pick er geht manchmal auf die top lane ja und das heißt er ist top laner in dem zeitpunkt alter du bist doch so behindert ja was nix ist okay jungler das kann ich nicht wahr sein 6 minuten plus die 15 von vorhin sind wir bei 21 was was ach egal jungler und flambi flambi oder flambi hätte ich was zum werfen wäre es gegen die wand geflogen vorhin schon ich habe zwei flaschen wieso schmeißt mein vater immer die kartons weg aber weil die werden schon tot oh gott erst mal hin wie wärs mit du q bin ich gegen killing floor der dritte schackle heute hat captain lifestyle Captain fig dich ah was geht ab alter es wird B schaddox �h dich schaddox das kann ich nicht wahr sein Trilot, tschüss. Na komm, du weh. Wir sind einfach alle rassistisch. So ist es. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, es liegt nicht am Champion, sondern an meiner Hautfarbe. Mr. Wichse. 27 Minuten? Herr Wulf. Ich glaube, ich schlafe jetzt. Weck mich, wenn was passiert. Oh ja, ich lebe mich jetzt. Na ha. Ich höre das trotzdem. Und? Wie heißt er? Okay. Rabbids. Was? Rabbids. Rabbids. So, Augen zu, Wichser. Ja, und der Trailer ist gekommen. So, Augen zu und... Augen zu und umdrehen. Ich höre das ja. Hm. Ja. Amen. Einer ist drin. Wie heißt er? Larkos. Hast du Bock? Hä, wo ist er? Ist wieder rausgegangen. Alter, ist nicht möglich. Egal, Augen auf. Alles schlapp. Wichser, Wichser, schlecht. Oh, Rett. Ich will, dass mich... ...die Sinn... ...Hunterrocks. Bleib drin, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, tust du mir den Gefallen? Ja, finde ich gut. Dankeschön. Irgendwas wird gleich fliegen. Ne Potlade Vega Support und ne Jungle Alkali. Geh, geh, ey. Jetzt kommt nur noch ein Wichser mit Ali Carry in seinem Namen. Das kann nicht... Das kann nicht... Ich weiß... ... ... die J4 Mark Thunderbolt Fick dich du wichst! Ja, Thunderbolt Dann kann er sich auch gleich win... Was ist das?! Synchron reingekommen! Sag mal, wurde Schako gebufft? Na, weiß ich nicht so. Ich hatte heute einen Ranked auch einen Schako! Also vorhin das mit Fizz! Kollege von mir... Warte... Match history Schako 12-7 verloren Und davor 17-3 gewonnen 12 Minuten Ja... Wichser Das ist doch nicht wahr! Bleib Pikachu! Bleib drinne, Brata! Das ist doch nicht wahr! Ich hasse alle Menschen auf der Welt, die ablehnen oder rausgehen oder 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 Wichser sind! Wichser Alter, please! Ich geh gleich raus! Ich geh gleich raus! Ja, ich seh! Das wird noch 47 Minuten dauern, ich sag's dir! Pfff! Pfff Pokémon jetzt bleibt bitte drin komm ja das sieht schon mal gut aus was was zum teufel ist nimm sie an ja hätten wir einen maximen gehabt das ist doch besser so der otter wie otter max will please also ich glaube die alles bleibt drin und und otter auch wie otter wie kann man sich nur wie otter das kann ich nicht fassen du scheiß salafist was zum teufel können alle im kz-ofen verbrennen ich habe gleich auf tisch auf offen bett ich verprüge ich verprügel gleich mein bett das kann ich nicht ich mache die plastiklasche kaputt ich kann nicht angenommen werden ach du scheiße ich verpickele die plastiklasche ich verpickele die plastiklasche das geht nicht das geht nicht ja ja jawohl sie ist verbogen ich habe sie verbogen gekriegt ich habe sie verbogen gekriegt jetzt ich brauche die ich brauche die ich glaube der corky bleibt drin ich glaube dass wieder soll es kann die da wie vorhin der bleibt drin und geht er später raus aha da und jetzt sind wir wieder leer ne war mal der ist ja aha und dann finden wir doch immer super schnell kommen mit schacko bleibt drin das kann ich mein bett muss gleich dann glauben ich gehe da hin und verprügel es 17 minuten plus den 14 minuten machen 31 wir sind schon über eine halbe stunde wieder in teambilder das ist die größte zeitverschwendung der welt das ist eminan himbearmus ach du scheiße ne himbearmus honigmuffin bist du es komplett drinne schatzi in der muss ist lecker nicht der muss ist nicht lecker ich mama kostet ihn immer weil ich stinke allem ist er ka kindu ja ja Jaaa, ja, ich bin schon. M.O.G. Risky, komm schon. Das ist aber Waisky. Ja, NIE! Das! Wir sind voll! Guck mal was ein Chat geschrieben hat! Guck mal was! Alles klar? Guck mal was! Guck mal was! Ich habe mir davon geträumt, mir meine Lane aussuchen zu können! Aber nicht, dass das so schlecht umgesetzt ist! Also die haben sollte mit den Chakos, was? First! Let me take a selfie! Ich kann nicht mehr reden! Mein Bett ist halb kaputt! Not! Mein Kissen ist aber schön vorgeweicht für heute Abend! Morgen früh! Wie heißt du? Schnecke! Mörbeck! Und jetzt kommt ein Max, bin achte! Ich werde nicht nochmal aufstehen und vermöbeln! Ha! Gern, weil es ein Möbel ist! Dafür fehlt mir die Kraft und die Motivation gerade aufzustehen! Gelächter! Hat man das gehört? Quatsch! War das laut? Geht! Solange die es unten nicht gehört haben... Ich könnte jedem die Augen ausstechen! Rexit... Rexit... ...to... ...Spasti... 22 Minuten... Ah, plus die 8 halbe Stunde... Ist der Jungle wieder rausgegangen? Ja... X-Rash-XX... Alter... Ich sehe schon, komm, auf meinem Grabstein stand wurde gestorben wegen Teambilder... Nehmen die Vayne an! Flashpoint 30! Tschüss! Oh hell no... Warum spielst du auch Kassamitte?! Vortex... Mit 3x X... Fick dich... Mit 3x X... Nimmst du mal die Vayne an? Oh, du hast ne Vayne... Und ne Kayle im Jungle... Lupin Magic 935... Elena... Oder Elaine... Ach komm, Alter... Alter, ich will nicht mehr! Alles... Passt'n Wichser, Alter... Können sich mal erschießen gehen... Teambilder ist so scheiße... So schlecht umgesetzt, das ist der Wahnsinn! Also wirklich ohne Scheiß schlechter geht's nicht! Wie kann man nur so dumm sein! Heidewitz, geil! Ich bin Teambilder! Ich bin Hartkotze! Das ist doch der Witz des Todes! Nehmen sie ihn nicht an! Danke! Ja... Ja... Des... Ja... Geht sowieso raus! Ja, also... Ich brauche euch den Namen nicht vorlesen! Hm... Du-di-düt... 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 Weißt du, ich hatte gerade einen in der Freundesliste... Der hat einen Game gemacht, als wir angefangen haben, eine Teambilderlobby zu erstellen! und der ist fertig ist jetzt fertig denn so müde also müde bin ich nicht arbeiten so kaputt ja ich weiß auch nicht von was dort kommt Prozent in einem anderen Kissen aufgeschüttelt ich glaube ich ich glaube ich mach meine Augen wieder zu und ich glaube ich hab mir mein Kissen nach hier oh Gott hallo wer ist da Support ok komm das ist doch ein Scherz Alter ey Daniel wir haben noch 35 Minuten ach du heilige Scheiße wenn das passiert ist das Projekt beendet ich hoffe es so sehr nie wieder dieses Scheißspiel aber was machst du dann stattdessen gar nichts zwei Videos die Woche Faschibi Shorts Zins auf Donnerstag wir sind jetzt gekommen und rausgegangen Milo fick dich Alter wie Rai diesen Modus so verkacken konnte ist so unglaublich schlechter hätte man das nicht umsetzen können weißt du es gibt und jetzt ist er wieder ingame wollte ich nur mal sagen ach du Scheiße weißt du ich wollte nur mal gesagt haben dass wir einen Gnar als Markspin haben mit einer Rage von 400 am Anfang es gibt Leute die suchen ihre Lobby ihre Teambilder Lobby join rein und wenn da nicht mindestens vier Leute glaube ich wenn da nicht mindestens drei andere Leute mit ihm sind dann gelieben die glaube ich alle Captain P ich piele dir auch gleich auf den Sack alter was ist wenn es ein Girl ist was finde ich halt F F CS Evolutions Aha Jaja Supporter ich sag's dir weißt du was ich glaube eine Sekunde bevor die Zeit oben abgelaufen ist wird die Gruppe sich disbanden das könnte sein wenn das passiert dann weiß ich nicht dann zerstöre ich hier irgendwas ich glaube ich reiß meine Gardinen von oben weg oder ich zerstöre meinen Block weiß nicht jede einzelne Seite raus hey guck mal die bleiben drin finde ich voll gut na wer fragt sich nur wie lange pfff ich geb den bis 33 Zwischen also jetzt ja jetzt ich geb den noch 40 Sekunden da sind sie spätestens raus hm erst mal schlafen hm hm wer glaubts denn 40 Sekunden sind vorbei hm hm nice guy hm und du willst unbedingt Katha mit dir spielen ja da Katha mitte ist sowas von Season 2 und 3 ja und ist klar dass ihr da raus geht vor allem die ganzen Marksmans die wollen halt nicht so einen incompetent mit Carry haben wenn sie mit ihrem anderen Carry nicht zufrieden sind dann gehen sie raus das ist halt so ein Moritz das ist die Physik aber du bist doch auch ein Carry nein ich bin der Toplaner ja also aber du spielst Lucientop und das ist ein Carry ja aber offiziell ist die Vayne und die Cutter die Carry ist ich bin der Toplaner es gibt keine drei Carries offiziell ist es die Vayne und die Cutter ach so und was ist dann mit Vayntop hm äh äh ist das dann auch kein Carry? nein wir sind voll nein bitte 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 so und jetzt ganz vorsichtig ich glaub der hat nur darauf gewartet ich glaub der hat nur darauf gewartet ich glaub der hat nur darauf gewartet so packen wir mal das hier nach da und all das hier auch nach da so mal gucken ob ich das Ding zerbrechen kann mal gucken ja das ist relativ machbar komm das mach ich gleich was willst du denn zerbrechen? meine Holzplatte du weißt du Schubladen haben doch immer so ne also Holzplatte ne und dabei also dir nochmal also die zerbreche ich jetzt ach die willst du durchschlagen? durchschlagen zerbrecht dich ich 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 mit meinen zwei Händen bieg bieg Schubladen ist sowieso kaputt mal gucken ob das wenn das Ding zerbricht und das Alter ne das mach ich doch nicht erstens weil ich mich nicht vernetzen will und zweitens weil das dann sehr laut und und sehr sehr dann gehst du da wohl wieder rein hm nicht du geh doch da wieder rein ein Stück Code gut die Platte weichert sich da rein zu gehen gut oben drauf so hm ich werde nichts gesagt haben aber 31 Minuten plus den anderen sind wir bei 38 William der Zweite William der Zweite der sich mal ins Knie ficken kann die Caitlin hallo Caitlin freut mich dich freut mich dich kennenzulernen wie heißen du? Ico ja finde ich gut Ico ist ein schöner Name also vor allem mit dem mit dem Punkt da über dem i das komische aussieht als normale Punkte PUNKTE finde ich das Ico ein sehr sehr schöner Name ist Ico-Lek-O-M-I-O-M-A-SCH ALTER hallo 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 ALTER das ist echt ein Witz komm, geh kaputt komm, geh kaputt Inkolektomia, Marsch, Alter So, die Platte ist nicht durch also sie ist durch, aber nicht abgefallen, so zu sagen jetzt mach ich die da wieder dran also die ist so, im Prinzip ist sie kaputt sie ist kaputt so, ich hab sie in zwei Teile gehauen kann man das mit Pritt kleben? die Platte ist sowieso, wir wollen sowieso renovieren also Neko Mio, fuck you wer ist denn jetzt raus? ach, meine Scheiße Moritz? mhm da sagt einer Call of Duty, macht aggressiv wollen wir den mal kaputt schlagen? so, den ersten Teil der Platte der ist jetzt drin, ne? ach, hallo ach, geh doch da rein, du Wichse das ist zwar in zwei Teile gebrochen, aber kann man noch so verwenden so, hab ich geschafft, Junge was jetzt? die bleibt ja jetzt drin hatten wir nicht gerne noch einen Supporter? mhm die Wäurig Wichser gut, die Platte ist durch, ich hab eine Aggression irgendwie abgebaut das nächste was dann glauben muss werde meine Schultüte die Schultüte die bleibt da hängen äh, ich will eigentlich nix kaputt machen äh, ich will eigentlich nix kaputt machen ja dann ist Teambilder beendet, wirklich ja, ich weiß es ist ein sehr gutes Unterhaltungsformat Captain Jackie wir sind fast 40 Minuten schon wieder 34 plus den 8 von vorhin 42 Minuten ja, von vorhin ist gut wir haben halb zwölf wir haben um halb elf angefangen zu suchen ungefähr ok, viertel vor kommen schon ein Supporter Dota oh Gott ich geh gleich Dota spielen ich hol mir gleich ne Axt oh oh ich lieben nie lieben, bitte bitte sei nicht Afka ja, nein du Stück Dreck du Stück Kacke du bist es nicht wert Gott zu leben alter ich würde den am liebsten dazu zwingen zu kacken und den die Kacke in den Arsch wieder zurückstecken und sie die Kacke nochmal kacken lassen du Backe lecku mio ey wie oft waren wir jetzt voll viermal ja er wollte einfach nur Kata in der Mitte spielen das andere Leute dass andere Leute da so inkompetent darauf reagieren würden bei ihm bis heute nicht bewusst die Kata ist ein nice guy ja ich weiß dass ich ein nice guy bin äh die 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 Kacke du du spielst Kata bitte also Moritz darf ich dir mal eine ganz ehrliche Frage stellen was denn bin ich vielleicht der Grund warum die die ganze Zeit Leute quitten ach quatsch wollen die keinen Lucien auf der Toplane haben das da würde ich jetzt nicht drauf kommen nach bitte bitte bleib einfach drin Zanggiff zwei haben angenommen du gespaßt jetzt nimmer die anderen zwei sind alle scheinen wieder wenn der Jacks gerade ach du halbige Scheiße bitte 23 minutes left oh Digga du bist gerade eben reingekommen alter ich sag's dir ich weiß nicht was ich mache ich kotze in meine Toilette ah du wirst schon du wirst schon was ich mich frage ob er Aua Einfach ein ganz normales Normal-Game suchen. Weil wir dann nicht unsere Rollen bekommen. Ja, aber... By the way, Nils und Mike haben gerade ein 50-Minuten-Game beendet. Nee, 42. Die haben angefangen, als wir angefangen haben zu suchen. Erst mal gucken, ob die gewonnen haben. Ja, haben sie. Das war ein Normal-Game. Bei Mike nichts kann im Ranked. 12 zu 6 mit dem Noob-Champ. Was hat Nils gespielt? Fizz. Fizz, 21, 10. Wer ist drin? Okay. 21 Minuten. Wie viele Minuten hatten wir beim letzten Mal? Was übrig geblieben ist? 15, glaube ich. Ich glaube, wir hatten 45. Ja, wir hatten ungefähr 45 drin. 15 Minuten sind übrig geblieben. Boah, Alter. Oder nee, ich habe eine andere Idee, Moritz. Hä? Wir haben heute den 3.10. Ja. Falls die 21 Minuten 16 ablaufen sollten, ist Teambuilder... Ja. ...bis nächsten Monat beendet erst mal. Um erst mal... Warte, wie viel? 21? Nochmal. Wir haben noch 21 Minuten, genau. Wenn die auf Null sind... Leute, bei mir sind es noch 20 Minuten. Bei mir 20 Minuten 53, 52, 51. Jetzt sind es bei mir noch 19. Leute, okay. Du bist eine Minute vor. Easy. Also wie gesagt... Ja. Ach, deswegen, ja, okay. Egal. Ja, rede mal. Ist Teambuilder... Ist Teambuilder bis zum nächsten... Bis zum nächsten Ersten pausiert. Das sind 1, 2, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Es ist in 22 Tagen. Böf. Dieser Modus ist die schlechteste Erfindung der Welt. Da fällt einem gar nichts mehr dazu ein. Ohne Spaß. Da kann MW3 nicht mehr so schlecht sein wie das. Teambuilder ist behinderter als MW-Fucking-Fick-3. Punkt. Das heißt, bei dir sind es jetzt noch 18 Minuten? 19. Ja, du bist so ungefähr 50 Sekunden vor mir. Hätten wir mal einen Jungler... Äh, einen Supporter. Ich sag gar nichts mehr. Also wirklich aufregend bringt einem nichts. Und warum so jemand wie du das Bett dann verprügeln gleich muss? Verstehe ich auch nicht. Ich meine... Hab ich gesagt... Dass deine Bettkante richtig schlecht ist? Was? Ja, ja. Du Hundemelker. 19 Minuten left. Warte. In 4, 3, 2, 1... Bei dir müssen es jetzt 18 sein. Nein, 17,54. Alter. Haben die Leute eigentlich nichts Besseres zu tun als... Wer... Wer ist eigentlich um halb zwölf, beziehungsweise... Ja, um halb zwölf eigentlich in der Lobby, um Teambilder zu suchen? Wir. Wir... Wir spielen einfach beim nächsten Mal ein Normal-Game. Scheiß drauf, ob wir die Rollen bekommen oder nicht. Ich werde auch bis zum nächsten Ersten, falls das hier wirklich so ist, äh... Werde ich nicht mit Teambilder spielen. Nie wieder. Bis zum nächsten Ersten ist Teambilder weg. Das spielen wir, wenn wir Normal spielen. Und nur noch über den Normal-Button. Aber das ist doch ein Normal-Button. Also ohne Teambilder. Wir suchen random. Und kriegen dann die Rolle, die wir bekommen. Da kenne ich nix. Und irgendwie finden wir nichts mehr. Aber Hauptsache, die Kältin ist noch drin. Hätten wir mal vorhin solche Marksmans gehabt. Da hatten wir tausende Jungler. Tausende Supporter. Aber Hauptsache, der Marksmann kam nicht. Jetzt ist die Kältin drin. Und wenn der Jungler und jetzt noch gleich ein Supporter kommt, ist die Kältin bestimmt wieder weg. Also, im Gegensatz zu mir, toleriere ich Katamitte. Sie anscheinend auch. Was machst du da? Wie machst du das? Ist das deine Plastikflasche? Ja. Okay. Ach, das ist echt unmöglich. 16 Minuten fehlen mir 55 noch. Ich hasse alle von euch. Alle, die bisher reingekommen sind. Es sind locker schon 50 Leute gewesen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 30. 30 kommt hin. Die ist doch schon klar, dass wenn das bei 0 ist, dass wir auch heute kein D-Bilder mehr spielt werden. Ja. Das ich dann cue'n werde. Ja. Ich gehe mal auf Toilette. Ich lache mir jetzt voll. Zu Anfang musste ich schon einmal. Jetzt muss ich wieder. Wie kommt das wohl? Oh, man geht gleich auf dem Boden. Erst mal auf. Ach, du musst da hin. Du musst da hin. Die Müller ist Bullshit. Ach, du heilige Scheiße. Ich kann's kaum glauben. Es kann einfach nicht wahr sein. 15, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. Aber Hauptsache, die Katelyn ist noch drin. Lava. So, das ist es jetzt. 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 Das muss es sein. Das ist es jetzt. Wird die nicht aufgereist. Deswegen ist sie so lange drin geblieben. Finde ein Spiel. Finde es. Du Lappen. Du findest es. Das ist es scheiß Spiel. Komm schon. Bitte. Sei ein guter Kleid. Lieber Kleid. Finde es. Ja. Vier. Drei. Zwei. Eins. Vorbei. Meine Damen und Herren. Über 50 Minuten mussten wir insgesamt warten. Aber nun ist es endlich soweit. Ich darf Ihnen das Gewinnerteam vorstellen. Katharina Mitte, Lucian, Toplane, Katelyn, Arikei, Blitzkrieg, Supporter und Kathos im Jungle. Gegen eine Soraka auf der Bot, den Malfit auf der Toplane. Fuck you. Midlane. Midlane, Eternum, Nocturum, Jungle, Lucian als Arikei und Iohoho auf der Toplane. Das heißt, die Bilder geht weiter. Moritz. Ja? Wir sind in-game. Mhm. Heiliger meine Fresse. Dario, ich springe vor Freude. Wow. Wow. Wortreddit 1.45, gut. Moritz. Ich werde dir die Folge jetzt. Okay. Willst du was sagen? Willst du was sagen? Bye. Bye. And they say I have a grim sense of humor. 30 seconds until Minions spawn. Amen.